Hallo leidenschaftliche FC Köln-Fans! Willkommen auf dem Nachrichtenkanal unseres geliebten Vereins. Hier finden Sie die neuesten Updates, tiefgehende Analysen, exklusive Interviews und Highlights aller Spiele. Dies ist Ihr Nummer-eins-Ziel, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was beim FC Köln passiert. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil dieser engagierten Familie, die die gleiche Leidenschaft teilt. Dewey Selke und Timo Hübers werden dem FC Köln wohl nicht länger fehlen. Das Duo hatte im Derby angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Steffen Baumgart konnte jedoch Entwarnung geben. Der Freudentaumel nach dem 2 zu 1 durch Florian Kainz hatte sich im Münnersdorfer Stadion gerade ein wenig beruhigt, da musste Timo Hübers angeschlagen ausgewechselt werden. Den Innenverteidiger hatte es am hinteren Oberschenkel erwischt. Für den 27-Jährigen kam Luca Kilian in die Partie. Noch nach dem Schlusspfiff lief Hübers mit Eisbeutel am Bein durch die Katakomben. Am Ende war die Auswechslung jedoch wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, wie Steffen Baumgart hinterher erklärte. Bei Timo Hübers ist es nichts Dramatisches, sagte der Trainer. Er kam falsch auf, dann hat es angefangen zu krampfen. Es war gut, dass wir den Wechsel schon vorbereitet hatten. Ein Einsatz am Samstagabend gegen RB Leipzig dürfte daher auch nicht gefährdet sein. Wichtig für den FC, schließlich spielte Hübers im Derby gegen Borussia Mönchengladbach abgesehen von seiner leichtsinnigen Aktion gegen Manu Kone praktisch fehlerfrei. Gleiche Entwarnung gab es auch bei Dewey Selke. Eigentlich hatte Steffen Baumgart in der Schlussphase lediglich noch Dennis Hus an Basic für Florian Kainz einwechseln wollen und hätte damit seine drei Wechselfenster ausgeschöpft gehabt. Da jedoch auch Selke ähnlich wie Hübers in den letzten Minuten mit Krämpfen zu tun hatte, zog sich auch noch Steffen Tigges sein Trikot über und kam für den Angreifer in die Partie. Auch bei seinem Stürmer geht Steffen Baumgart jedoch nicht von einer langen Ausfallzeit aus. Nach dem freien Tag am Montag dürften sowohl Hübers als auch Selke spätestens im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Damit muss sich der FC keine Sorgen um ein erneutes Lazarett machen, nachdem zuletzt zahlreiche Spieler erst wieder zurückgekehrt waren. Aktuell fehlen lediglich noch Jakob Christensen, Zerrung und Jamster Maiko Wäschenbach, Muskelverletzung. Das Duo soll jedoch ebenfalls zeitnah wieder auf den Platz zurückkehren können. Damit hätte Steffen Baumgart dann den kompletten Kader beisammen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch unser Inhalt gefallen hat, vergesst nicht, den Gefällt-mir-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Neuigkeiten vom FC Köln verpasst. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.